Äh, runter. Ja, okay. Ja, na klar, Georgopol, Junge! Natürlich! Ich kann mich nicht... Nein, ich... Ich kann mich nicht... Oh Gott. Was? Dass der Alt-Bug immer noch existiert. Den kenn ich jetzt schon seit... einem dreiviertel Jahr oder so. Hier wird richtig die Party abgehen, ne? Weil... Ja und? Ja, sag ich ja nur. Ich spring ja fast jedes Mal, ich kenn das. Alter, okay, hier sind sechs oder so. Oh Gott. Ja, und ich lande so spät. Lass sie einfach direkt unten landen. Ich geh grad nach links. Okay, dann komm ich da auch hin. Genau da, wo ich markiert hab, glaub. Ne, ein bisschen weiter, dahin. Einer ist hier in der... Zwei sind in der... Ich geh in die Halle. Ich geh in die Halle, okay? Ja, hol dir nur ne Waffe, ne? Scheiße, die werden gleich... Ich hab hier ne Ozi. Okay. Oh, schön. Ja, ja, direkt ne Mikro-Ozi. Er rennt hier mit mir rein. Okay, hier ist auch noch einer. Fuck! Okay, ich renn direkt zu dir, okay? Und ne K, und ne K. Äh, ne, ne AK meine ich. Ich renn zu dir. Äh, okay. Bei dir kommt einer. Der ist jetzt hier bei mir im kleinen Turm. Er hebt da was auf. Oh, ich renn weiter zu dir. Alter, ich hab ihn nicht. Oh, der ist sogar noch wegge... Ne, du hast einen anderen, du hast einen anderen. Oh Gott, ich werd angeballert. Ja, geh erstmal, geh erstmal safe. Oh, ich brauch ne Waffe. Ja, ich hab ne Waffe für dich. Ach ja? Theoretisch. Fuck, ist einer Open Field. Der kommt direkt zu dir von rechts. Von... Von Norden. Okay, ich hab ne Waffe. Was? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin tot. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Er will mich finishen, er will mich finishen. Er hat mich gefinisht. Dieser Huren. Warte. Alter. Den... Den schnapp ich mir. Bring ihn einfach um. Bring ihn einfach um. Pssst. 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 Ist er oben drauf? Keiner. Ich denke nicht, ne. Ich denke, der ist in meinem Body. Hä? Ist der hoch? Okay, YOLO. Ah, da hinten ist wieder einer geradeaus. Zwischen den Lager an links. Ja, aber ich will den Typen ficken. Ja, vielleicht ist er das ja. Dann geh da hoch. Komm. Wattest du... Nee. Zwischen da... Ich geh mal hoch und gucke. Ja. Ah, jetzt voll YOLO. YOLO. Oh, da ist ein Helm, links. Da ist er. Oder? Ich habe ihn zweimal getroffen. YOLO Captain Jack. Da hinten ist doch einer auf dem Dings hinter dir. Bei dem blauen. Genau. Töt ihn bitte, töt ihn. Oh, er kommt raus. Der piek, der piek, der kleine. Oh. Nein. Man sieht da mit dem Scope überhaupt nichts, Alter. Warte mal. Ich hole mir jetzt ein schönes Scope. Und dann eliminiere ich die Wichser. Woher? Keine Ahnung, ich gucke. Juhu, Scopey. Hm, Granata. Hm, Granata. Junge, heb doch auf. Danke. Habe ich da gerade was gehört? Sekunde Schmengel? Ja, ich auch. Jetzt habe ich es. Ja, da ist einer bei dir. Oh, vor dir ist auch einer. Pah, er ist hier oben. Jo. Oh Gott. Er hat eine Schrot. Oh nein. Dann nimm ein bisschen Abstand. Er wird abge... Nice. Renn rein und finish ihn. Oh nein. Oh Gott. Nee, der andere kann ich nicht. Der rechts... Oh Gott. Oh nein. Tötting, tötting. Ich versuch's. Kannst das? Er tanzt, er tanzt. Haha. Sprich nicht mit in die Luft. Oh nein. Oh nein. Ist das ein Tanz? Bitte ist noch einer. Tötting, tötting. Nein. Nein. Diese Ska kann aus der Hüfte nichts, Mann. Nee, er war nicht Ska. War, war, äh, äh, Dings. AKM, SKS. SKS. Dreckige Scheißwaffe, Alter. Und er lebt noch. Ich habe die ganze Zeit Scope drauf, Alter. Ach, schade. Vor allem, er trifft keinen Schuss mit der Shotgun, ne? Nicht einen. Es sah witzig aus. Kann man schöne C-Kussmusik drunter legen. Ja, gerne. War natürlich deine Absicht. So, hier holen wir mal Manuel ne kleine Zirkusszene. Ah, ja, ja. So. Matching? Ja. Da, 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 da ich freue mich nur noch 13 sekunden dann geht's los ich bin auch ziemlich aufgeregt und sehr gespannt was in gorgo diesmal passieren wird freut ihr schoko schnitten euch auch ihr lappen hat er mich nach geäfft oder was liegt denn hier für ein brett nein sieht schlecht aus oder von hier ist halt immer doof weil der berg dazwischen ist nee wir steigen direkt aus und gehen hier hin und zu uns ein auto das schaffen wir okay und dauert noch einen moment jetzt schön nach da unten schön nach da unten ich gehe jetzt hin wenn da kein auto ist ich fahre direkt weg das heißt mich sammelst du nicht ein ja das schade aber was soll ich machen da ist was bei dir ja ich glaube ein motorrad und das ist ein busch ich fliege schon mal ein bisserl weiter hier sind noch zwei andere mit denen ich habe jetzt erst erkannt dass es wirklich ein motorrad ist ich habe mir nicht sicher die ganze zeit okay dann fliege ich mal ihr besten zur straße hinter den sünfen muss die freiheit wohl grenzenlos sein keine ängste keine sorgen sagt man sagt man die müssen alle sich schlagen sagt man keine sorgen aber sie verprügeln sich alle sie alle schlagen sagt man auch cool ein boogie ein boogie ja ist besser gönnung ja amnach diesen gönne ich mich aus nicht das nur nicht das keine ängste ich überfahr dich keine wichser ich nehm den mit ich nehm den mit ich nehm den mit sagt man ich nehm den mit kartoffelbrei gretchen sagt man ich kacke mich voll im paradies was sagt man denn noch manchmal bin ich schwanger sagt man ich hätte den so schöner rechts sehen können aber ich hab's mal vor allem bist du übel angeleckt bei mir wo ist denn die border mann alter das sollten wir uns gut überlegen weil sonst können wir glaube ich direkt nochmal neu anmelden allein ich überleg mir gar nichts ich gehe jetzt auf georgia und da gibt es auch keine diskussion alter hier ist sonst mann du musst links lang alter ja wir kommen bestimmt noch in die zone was ist da gar nicht nervig ich find auch schön wie kompromissbereit du immer bist auch gar nicht engstirnig hör mal bei georgia gibt es auch nichts zu diskutieren als wär das dein scheiß bruder wir fahren nach georgia nach georgia klingt wie so ein evangelist ich geh zu ihm der wartet jede runde auf mich wenn wenn da jemand ist und uns instant hätte ja dann haben wir dann ist georg schuld georg aber er macht's ja nicht mit absicht georgie wir nennen ihn auch manchmal georgia ja ok georgia verstehe ich du fährst nur lang oh das ist ein auto sollten wir nehmen sollten wir nehmen wegen sprit ja nein nein strecken das wirst du bereuen das wirst du bereuen du hast doch keine chance keine chance hast du gegen mich ja ich hab nen dacia natürlich hab ich ne chance versuch mich doch zu rammen ja versuch ich trau dich komm blem stehen bremst doch bremst du jetzt scharf komm bremst doch scharf ne dann überholst du ne ne mach ich ja nicht ich fahr dich an komm pussi angst angst sag man angst jo ich bin nicht acht mit sowas kannst du mich nicht triggern natürlich bist du acht nö tschau hallo täuschmanöver so und jetzt oh nein Unfall jetzt gehts oh nein und jetzt hol mich ab geht es senkrecht hoch ich hab einen Unfall jo du stehst du wieder auf oder gehst du Fuß nein nein ich muss jetzt gar aber da ist noch ein Auto da ist gerade ein Umweg weil du einfach weiter fährst ja ganz ehrlich du hattest die Chance mitzufahren doch du hattest die Chance mitzufahren du hast sie nicht genommen die Chance klopft nur einmal im Leben ja ja ist es so die Chance warte ich geh ich nehm erstmal hier die netten Hallen mit die netten Hallen ich hab jetzt so viel ich hab so viel Sprit ich würd das alles in dich reinpumpen hehehe ok komm her oh Gott du kannst mir keine Angst machen nicht? oh shit da kommt er AHHHHH NEIN du miese Schwein geil Maschinenpistole ach scheiße Aua ich hab nen Unfall hast du davon ich fahr weg ja verpiss dich doch ganz ehrlich erstmal dein Auto crashen so hast du davon jetzt wärs so witzig wenn du explodierst es hat sich erst umgedreht aber hat sich dann wieder begradigt ich geh jetzt nach Jojo und sterbe bist du dabei? ich komm mit klingt gut für mich die Zone ist ja eh 10km entfernt diese Runde hat keine Zukunft welche diene Zukunft? ja welche denn? ganz ehrlich jetzt mal Butter erster erster wären wir ok ich nehm dich beim Wort 100% ja wenn nicht liegt's an dir Raute 48 hab ich ja genug gesehen gehabt ja ich auch meistens Raute 50 hehehe ja 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 ha 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 so ne Bratpfanne und ich weiß die auch einzusetzen aber hier waren welche glaub ich echt? ja also Lut sieht nicht normal aus oh ich hab ach das bist du jetzt sag nicht hier war wer Alter, man oh ist das ein Schally? ne schade knappschmel minkeltar griff Ach, der. Ach, 2-1. Geil. Crossbow. Easy. Nimm gerne mit. Ja, mach ich. Die Frage ist, wo sind die Gegner jetzt? Wenn du sagst, hier war wer. Aber woher willst du das wissen? Vom Loot her sah das so aus. Am Anfang. Vom Loot her. Ich mein, keiner ist so retarded und geht bei der Zonenlage hier oben hin. Niemand. Ich? Ich hab mal 8. Oh lol. Alter, du Kleiner. Das kriegst du zurück, Alter. Du hast aber keinen Schaden bekommen. Ey, das war ein Crossbow. Oh was, du hast ein Pfeil verbraucht? Ja, komm mal her. Nee. Alter. Komm mal her. Oh Mist. Weißt du direkt wieder, was Sache ist, ey. Ja, was erwartest du denn noch anderes bei mir? Ja. Nicht da hinten. Hör auf. Im Ernst, Alter. So, jetzt schnell looten. Alter, loot einfach schnell, bitte. Ich loote jetzt, ja, okay. Also wir trollen hier auch noch rum, Alter. Jetzt hätten wir alle Zeit der Welt. Gar kein, ja eben. Gar keine Zeit. Ja, erstmal abschießen. Einfach traurig machst du mich. Mit den Aktionen. Die du gerade fährst. Wurde da gerade auf mich geböllert. Bist du das? Nee. Irgendwie glaube ich dir nicht. Oh Leute, Schalldämpfer für Sniper. Alter, ich hab mal 8 und Schalldämpfer für Sniper. Für Sniper, was? Please. Ich will Sniper. Sniper. Sniper Ella. Ja, VSS hab ich ja schon. Ella, Ella, Ella. Äh. Mini, Mini, Mini. Ich hab ne Mini, Mini. Alter, ich hab das Spiel durchgespielt. Ey, hier war doch schon wer. Ach, erzähl doch nix. Wir ballern hier um wie Querschnittsgelähmte. Ja, weil die Angst haben. Die haben einfach Angst vor uns. Ja, hier ballern aber zwei Verrückte. Alter, ich hab komplett insane Loot. Wir gehen hier nur noch hin. Jetzt auf einmal. Mein Loot ist komplett busted. Warum denn? Erzähl mal. Was ist denn damit? Ich habe eine Mini. Supergeiles Gewehr. Ja, mit Schalldämpfer. Mal acht, mal vier. Dreier Helm. Alter. Zweier Weste. Ja, wollen wir langsam los? Nee. Aber mir fehlt das alles noch. Naja, gut. Aber ich mein, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wenn wir hier hochfahren, bei der Zonenlage, wir beide voll Equip rausgehen. Ich mein, wir haben jetzt mit mir schon ziemliches Glück, meiner Meinung nach. Ja, okay, dann loot einfach schnell weiter. Ein bisschen können wir ja tanken. Ihm. Aber, boah. Du macht mich weh. Aber dann wird es halt wieder, wenn wir dann nicht Zonenluck haben, wird es halt genauso wie die letzte Runde. Nee, nee, eben nicht. Wie kann er dann einfach straight reinfahren? Ja, weiß ich nicht. Dann kann die Zone ja hinkommen, wo sie hier hin will. Ich habe ja eine AKM. Ja. Soll ich? Okay. Noch eine Scar. Ach komm, da nehme ich die. Und ich habe einfach immer noch keinen Rucksack. Wie kann das sein? Ich habe jetzt eine K. Willst du die Mini? Alter. Willst du die Mini? Äh, nee, ich will eine K. Okay, dann nehme ich die Mini mit und gebe dir die K. Aber, oder die Thompson. Naja, die Thompson ist eigentlich... Nee, ich gebe dir die Mini, okay? Oh, nee, mit der kann ich halt gar nicht spielen. Also null. Mit der ist halt besser zu spielen als mit... Ja, okay. Ach komm, ich gebe sie dir. Ist ja auch deine Aufnahme. Na, ich bin ja... Das ist sie. Aber dann lass uns bitte auch fahren. Wenn ich bei dir bin. Okay. Ja, ich bräuchte halt einen Rucksack, ne? Das wäre echt nice. Ich habe nirgendwo einen gesehen. Okay. Das ist so dumm. Hier ist doch 60 Muni. Die ich gerne hätte. Warte, ich fahr zu dir. Guck mal, ob du da irgendwo einen Rucksack findest. Ja, nice. Der war ein. Schon gut. Okay, ich fahr halt zu dir. Na einsam. Na. Weißt, was der Deal ist? Ja, du gibst mir die instant. Und wir fahren los. Okay. Was ist denn? Ist der Buggy von dir? Willst du nur look graphic? Oder hast du... Komm mal her. Willst du nur look graphic? Ich bräuch' nicht, bräuch' nicht. Müsst mal mit. Okay, komm mal. Musst du hier drüber springen. Okay, also... Ich spring drüber. Ich geb dir sogar die... Warte, hast du mal 8 oder so? Nee, gar nichts. Nur mal 2. Danke. Also Schalldämpfer würde ich gern behalten. Okay? Ja. Ja, ja, ja. Okay, danke. Oh, 105 Schuss. Wir nehmen... Und... 270 für meine andere Waffe. Also falls du Muni willst. Die grüne? Ja. Grüne Muni brauch ich, geil. Ja. Kann ich dir 100 geben oder so. Wie lahm ist denn die Karre, Junge? Gib Gas! Komm in Wallung! Du gibst Gas! Du gibst Gas! Wollen wir echt einfach in die Mitte fahren? Ja, ne? Hier zu so einem Gebäude irgendwie? Und da einfach bis Rundenende campen und ballern? Ja. Oder AFK gehen. Auf Toilette. Ah, ich bräuch' dann aber eigentlich eine Nahkampfwaffe, Tobi. Ach, scheiß auf. Hey, warte mal. Was hast du denn jetzt? Ich hab nur die Mini. Weil ich hab ja die Karre noch rumgeschleppt gehabt. Ach so. Scheiße. Ja, aber da ist ja noch ein Haus. Also, ein bisschen Loot kriegen wir schon noch. So, jetzt macht die Zone mehr Schaden. Ist aber nicht schlimm. So, vom Benziner geht's auch. Wie hast du mit Medix? Wie bist du da im Start? Ein Schmerzmittel. Das war's. Okay, dann fahren wir straight durch. Würde ich vorschlagen. Ja. Boah, wäre das dreckig. Wenn der jetzt instant einer wartet an dem Haus, wo wir parken werden. Ja, oder wenn wir jetzt hier von der Straße geballert werden. Ach, das passiert nicht. Das wär echt dumm, weil... Hä, wie lange sind die denn noch in der Border? Ohne sich zu grufen. Jetzt da könnte einer drin sein. Warum ist auch die Tür auf? Ja, hier landen ja alle und looten. Okay. Okay, wir fahren straight rein. Ja. Menschen würde ich tatsächlich nicht hin. Ach, wie viele Autos hier sind. Ja, ne? Als ob hier keiner war, ey. Vielleicht war hier keiner. Und wir sind allein auf der Welt. Und... Tot. Hast du denn Koffer für mich? Ne, ich hab gar nichts. Ich hab nicht mal Energy. Ach so. Ich hab nicht mal Verbände. Alter. Das sag ich ja. Wir sind ja komplett gearscht. Könnten... Sind hier die Türen zu? Ne, ne, ne. Geh dann bloß nicht rein. Das ist ja wohl die erste Anlaufstelle für alle. Ne, das ist mega der Kackspot. Guck mal, du siehst ja nichts. Ja, ja, aber guck dir mal die Border an. Ich mein für Leute, die hier reinfahren. Ja, okay. Da waren bestimmt drei Koffer drin. Und Schmerzmittel. Oder rechts sind welche. Bleib stehen, wollen wir die töten? Ne. Ah, ne, sie fahren weiter. Wir sind zu low für so'n Fight jetzt. Wir müssen erstmal irgendwo rein und Lage checken. Komm, die Schlüssel kamen, glaub ich, auf uns. Und dann sie fallen uns hinterher. Echt? Ja, wir sind näher im Gebäude. Ist cool. Ja, scheiße. Wir sind näher im Gebäude. Ist cool. Oh nein. Ich geb mal Gas. Ne, ich schieß nicht. Ich hab vier, Muni, ne? Sehr viel. Warte, wir gehen zum Garagengebäude. Das ist es. Pack ich das Auto da drin? Wo sind... Und dann? Hinter uns immer noch, glaub ich. Okay, aussteigen. Ich geh mal nach oben. Sie sind da, man hört sie. Ja, ich booste mich kurz. Ne, ne, die fahren weiter. Oh. Vielleicht haben sie nicht gehört, dass wir hier sind. Hier ist ein Schalldämpfer MP, der übersehen wurde. Oh, shit. Da kommt noch ein Auto. Oh, sie kommen. Echt? Nein, das ist ein anderes Auto. Oder meinst du das Auto, was du hörst? Ich schieß gerade rein. Hab einmal gut getroffen. Oh nein, sie gehen. Aber wir haben jetzt hier die Aufmerksamkeit. Wenn jemand hier... Hab ihn, Gate-Shotted, den Kopfschuss im Auto. G, G. Alter. Wo liegt der? Draus. Ah, ich seh's. Ich erschieße ihn gerade. Oh, Leute, der Sterben, er ist tot. Das war nice. Warte, der am Auto? Nicht, dass der zurücksnipe? Wo ist denn der... Siehst du jemanden? Siehst du das Auto? Ja, es rollt da den Berg hoch. Okay, gibst du mir die grüne Muni wenigstens? Oh, warte, ist da noch einer? Gibst du mir die grüne Muni, bitte? Ja, gib ich dir. Wir müssen jetzt mal rundum gucken. Lage checken, ob uns wer gehört hat, auf uns zukommt. Hab ich genommen. Hast du zugehört? Ja, ich würde halt gerne den Typen looten, damit wir uns zielen können. Das ist zu Openfield. Weil das ist halt richtig eklig. Nein, wir sind mitten in der Zone. Aber jetzt gerade... Aber das ist Openfield. Es sind schon viele hier. Ja. Es sind doch hier gerade zwei Autos vorbeigefahren. Oh, lass mich raus, lass mich... Rein, meine ich. Ich will jetzt hier mal gucken, ob hier in den Gebäuden oder so einer ist. Sie können sich halt jederzeit hierbei herangeschlichen haben. Wir haben es nicht mitbekommen. Ja, aber instant? Es wäre geil, würde nahe einer rankommen, wie sie töten. Weil dann hätten wir nix. Das wäre schön. Das wäre ein Traum, den ich gerne leben würde. Tja. Okay, ich gucke einfach in die Richtung. Ja, der hat Spaß. Ich gucke mal da hoch. An dem Haus. Ne, man sieht niemanden. Schade. Ja, ich chill einfach ein bisschen, gucke in die Richtung. Wir lassen jetzt die Zeit runterlaufen. Wenn einer rankommt, versuchen wir ihn zu töten. Und haben Medics. Spiel jetzt das Third-Person-Game komplett runter. Ist halt echt so. Türen sollten wir vielleicht zumachen. Ne, das ist verdächtig. Also hier oben meine ich. Ne, ne, oben. Bei uns. Achso, ja, ja. Die zum Treppenhaus. Alter, wie man jetzt immer verkrampft. Irgendwie versucht, irgendwelche Detail zu erkennen. Das Einzige, was ich da sehe, sind Büsche. Ja, die Zone kommt jetzt. Mal gucken, wie die nächste ist. Dann brechen wir ihn wieder auf. Also, seine Leiche siehst du, oder? Also, du hast einen Blick drauf. Ja, weil, kann halt gut wer hinkommen. Und, sollte die keiner looten. Und die Zone, müssen wir jetzt rufen. Ja, dann können wir. Dann können wir die mal versuchen, Drive-By zu machen. Dass einer schnell aussteigt, alles Panik lootet. Und dann weiterfährt. Ich gucke nochmal in die Hütte da drüben. Ne, wir sind drin. Die Leiche ist sogar, glaube ich. Ne, die Leiche wäre noch drin. Ach, die reizt mich so sehr. Warte, da kommt ein Drop. Der kommt sogar ziemlich gut. Auf unserem Haus, bitte. Auf unserem Haus. Ah, da kommen welche. Von, von eben mit dem Auto. Sie fahren, fahren, fahren. Zu dem roten Haus. Sie parken da. Warte. Einer. Zu dem roten Haus? Du meinst das gelbe Haus. Mit dem roten Dach. Da war einer. Deine, in dem Haus ist die ganze Zeit einer. Ja, ja, hab ich gesehen. In dem roten. Auf das Auto. Er fährt weg. Ja, aber du musst auch passen. Deinem Auto, äh, Haus ist wie gesagt einer. Bin ich gerade einmal. Du hast ihn gehittet, ja. Ich hab Schalldämpf. Hittet, ja. Schade, dass es kein Hiddy war. Ja. Wir dürfen uns halt keinen Hit leisten, ne? Hid, ja, ja, eben. Das ist. Dann sind wir ja echt. Richtig eklig. Ich geh wieder auf den Balkon gucken, weil wir haben jetzt wieder ein bisschen Lärm gemacht. Der hat jetzt eh Schiss. Die scheinen beide alleine zu sein. Also keine Ahnung, der Typ deinem Haus? Ja, die gehörten nicht zusammen, glaub ich. Ne, 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 das nicht. Ne, ne. Der wird ja nicht weggefahren. Naja, doch vielleicht. Oh, ist Panik. Kann schon sein. Oh. Oh. Wo ist das denn? Das muss ja eigentlich hier vor uns sein. Ich sehe sie nicht. Oder ist das auch in einem Haus? Das ist einfach in den Häusern. Guck mal, da steht noch ein geparktes Auto. Ne, das war schon vorher da. Das hat er da hingeparkt. Der Typ, der kam. Hast du gute Sicht auf die Häuser? Ja, auf diese roten Häuser schon, ja. Die haben eine rote Dächer, das sind gelbe Häuser. Ja. Ja, ich sehe den. Ich habe ihn ausgenockt. Man hat seinen Arsch gesehen. Ist der dumm? Ich glaube, ich sehe ihn da immer noch. Ich weiß es nicht. Schieß mal rein, ne. Ja, du hast ja genug, Muni. Oh, wir machen eigentlich so einen Lärm. Ist so ein Wunder, dass hier keiner kommt. Ne, okay. Okay, der ist da nicht mehr. Ich dachte, der Fitze wäre noch sein Stück Arsch. Gut, aber jetzt wissen wir, dass die zu zweit sind. Das ist doch schön. Ja. Warte mal, ich könnte nochmal ein bisschen Lärm machen für eine Sache. Moment. Oh Gott, warte. Und zwar für die Tür. Kannst du auch mal einen reinbödern? Ich kriege den nicht kaputt irgendwie. Ich habe Schalldämpfer. Die Tür ist ja voll durchlöchert, aber geht nicht kaputt. Warte. Okay, ich schieße. Siehste? Da sind 30 Schüsse drin. Hä? 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 Ist vielleicht ein Grafik-Bug. Vielleicht ist sie schon weg, aber wir sehen es nicht. Ja. Ja, muss ja. Hä? Hä? What the fuck? Eigentlich geht die nach ein paar Schüssen. Also, die bröckelt ja auch so. Weißt du was? Wir sind voll dumm. Warte, hier kommt ein Auto. Hier kommt ein Auto. Bei mir, SW. Ja. Komm mal. Warte, aber geh, geh. Hock dich hin. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Okay, die fahren vorbei. Ja, sie fahren zu mir. Okay, dann sehen wir sie. Wir sollten mal das Auto von denen zerstören. Das Blaue. Okay, die fahren hier vorbei. Ja, ist vorbei. Okay. Dahin kommt noch eins, sehe ich. Es kommt jetzt, ist weiter weg. Soll ich das Auto jetzt mal... Ne, mach du das mit deinem Schally. Okay. Die Reifen davon zerstören. Ja. Das Blaue meintest du, ne? Der Dacia, oder? Genau. Jetzt hat bei mir gerade die Haustür gar keine Schüsse mehr drin. Echt? Ja, sie ist wieder repariert. Warte, ich muss an dein Fenster. Alter, ich schieße gegen den Rahmen, glaubst du es? Ich sehe die Reifen nicht von hier. Hey, doch. Nein. Man sieht ein Stück, oder nicht? Ne. Ich nicht? So, da hinten sind welche. Ey, wir sind immer noch in der Zone. Ich hätt die so gerne in dem Scheiß. Aber spar mal lieber ab jetzt Munition, weil wir haben eine super gute Position. Was wir uns überlegen könnten, auf ein anderes Haus in der Menschen zu gehen. Guck mal, komm mal zu mir. Ja, aber wir sind ja noch drin. Also, wer weiß, ob wir danach nicht nochmal drin sind. Aber jetzt haben wir noch keinen Stress. Hier sind noch nicht 100 Leute. Das Haus, was ich markiert habe, was hältst du von dem? Können wir machen. Wollen wir dann rüberrennen? Ja, ja. Das überrascht dann auch die anderen. Genau. Weil wir haben jetzt so viele... Vielleicht gibt es auch hier. Ach du Scheiße. Oh. Weil besser jetzt, als wenn alle... Ich meine, die Zone ist jetzt gerade hingewechselt. Siehst du, die ballern jetzt. Oh, ich höre ein Auto. Hier können im schlimmsten Fall welche drin sein. Dann machen wir auf automatisch. Oh, hier ist eine UMP. Gott bless. Allein dafür war es schon worth. Auto bei uns. In der Nähe. Die sind da irgendwo geparkt. Ich komme mal hoch. Ja, die sind hier in der Mansion halt jetzt. Wir lassen hier alles auf. Ja. Fuck. Alter, wird da viel geballert. Ja, das sind vielleicht unsere Freunde von vorhin. Hier wird überall geballert. Alter. So, sind die hier in der Mansion? Sind die hier reingefahren? Dann mal reingucken. Guck nur, dass du keinen Edge-Shot-Up bekommst. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich weiß, dass ich sowas auch kann. Alter. Das war laut und nah. Ich habe keinen Plan. No, so nah nicht. Da, ich sehe einen, LOL. Headshot. Geil. Bei 210 ungefähr. Wo war das? Ich sehe ihn nur noch kriechen. Aber wo ist sein Mate? Der hebt ihn jetzt auf. Man sieht seine Waffe. So einen ganz kleinen Zipfel. Wo denn? An einem Baum? An einem Stein? Hinter dem Baum. Oh, da. Oh, nice. Du hast ihn getroffen. Hab ich? Ja, ja. Du hast ihn getroffen. Hab ich gesehen. Hat man bei mir gesehen, das Blut. Okay, das Problem ist. Ja, toll. Einer ist davon angehettet. Einer ist down. Aber der hat den jetzt eh wieder aufgehoben. Aber die müssen jetzt move'n. Das heißt, wir können die töten. Nö, nö. Die haben richtig Stress jetzt an der Backe. Problem ist nur, wir haben jetzt natürlich wieder geschossen. Und hier sind ja welche irgendwo. Also schätze ich. Oder die sind halt echt durchgefahren. Aber ich glaube nicht, dass die uns wollen. Ja, aber dann. Also ich wünsche mir gerade, dass wir gestürmt werden. Damit wir endlich mal hier bekommen. Das kann so nicht sein. Aber ich sehe ihn wieder. Ja. Fuck, nicht. Aber die stehen da dumm rum. Die kommen rein, die kommen rein. Bei uns? Nein, 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 nein. Die laufen gerade Richtung innere Border. Oh fuck, ich habe auszusehen, dass... Hab einen zweimal. Hab einen mit Gilly down. Nice. Wo ist denn der andere? Der war links irgendwo, ne? Wo ist der? Hab einen. Auf mich wird geschossen. Ich weiß auch nicht von wo. Ja, ist schade. Ich sehe den nicht. Äh, auch aus der Richtung. Ich sehe den nicht. Der hat halt einen Gilly gehabt. Oh, ich bin fast leu... Also ich habe den mit Gilly getötet. Das ist schon mal sehr gut. Ja, chill. Äh, ich habe jetzt... Die haben jetzt... Ich gucke gerade gar nicht mehr raus. Ja, gucke nur über Third Person raus. Oh, die Zone. Wollen wir jetzt move'n? Und? Oh ja. Ja, ja, komm. Also, wir haben halt kaum Chancen mit dem hier, ne? Ja, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, die sind hier mit dem Auto durchgebrettert. Können mal hier gucken, ob hier noch irgendwer Verbände hat liegen lassen oder so. So ein Koffer oder so. Ne. Nur scheiß Drecksklamotten. Warte, wir können das Gebäude nochmal checken. Bisschen Zeit haben wir ja. Auch wenn hier welche drin sein können. Ja, es ist halt schon sehr knapp gerade. Ich gehe andere Seite hoch. Polizeiweste. Das Problem ist, wir... Das ist ein zweier Polizeiweste. Okay, hier ist wenigstens noch ordentlich Muni. Aber... Ne, hier ist gar nichts. Scheiße. Das sieht echt nicht... Das ist mir nicht gelohnt. Okay, die sind hier im Gebäude. Hier steht ein Auto. Und du bist runtergesprungen? Okay. Ja. Und jetzt? Jetzt beten wir. Dass wir ankommen. Hier sind Verbände. Die nehme ich. Ja. Weil ich bin ja ziemlich... Wiese. Deleted. Ja, klar. Oh fuck, das ist nah. Ja. Das ist direkt neben uns eigentlich. Da, wo wir langrennen wollen. Wir müssen rennen. Wir müssen jetzt rennen. Ja. Ja, ich werde jetzt sterben. Das werde ich niemals überleben. Wir rennen... ...auf das Gebäude zu und weiter. In dem Gebäude können welche drin sein. Pass auf. Also wenn die jetzt noch da drin sind. Hier ist ein Auto rechts. Hier ist ein Auto rechts. Lass das Auto nehmen. Lass das nehmen. Lass das nehmen. Lass das nehmen. Oh fuck, das ist so nah. So, ich fahre. Lass die Ruhe lassen dann hier. Oh Gott. Einfach stehen dann jetzt. Fuck. Okay, kannst du mich hochholen? Nein, du bist dich wirklich vorzeitig ausgestiegen. Tunken zu früh. Tunken zu früh. Oh oh. Oh Gott, dass wir noch leben ist einfach ein Wunder. Hälte, was haben wir heute für Runden? Nein. Auf die Pfanne. Die Pfanne. Die Pfanne. Lauf. Lauf. Hinter mir. Direkt hinter uns sind die. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Junge. Hier ein Scheißhaus. Was stimmt hier nicht? Die Pfanne des Lebens. Da sind auch Verbände. Diesmal ruhig mir die. Junge, guck mein Leben an. Okay. Du hast sie verschwendet. Alle. Alter, wieso ist hier drin niemand? What the fuck? Wir haben das geschafft. Alter, ich brauch hier. Ich brauch hier. Wir sind drin. Ja, kannst du mir wenigstens zwei geben? Der braucht mich halt nur mit einer Pistole treffen. Komm her. Ja. Hä? Ach, du bist in der Küche. Ja. Oh fuck. Ach, du heilig ist das nah. Okay, guck mal, wo die sind. Ich muss mich healen. Nee, ich geh da nicht raus mit dem Kopf. Okay, dann bleib stehen. Dass du nicht moves. Wir müssen die hören. Das ist dumm. Ja, die können halt von da draußen auch böddern. Aber ey, die sind so nah. Nicht, nicht, nicht. Das ist der erste Weg zum Todesbett. Warte, chill. Ich krieche nur noch. Lass auf Toilette. Komm auf Toilette. Wir müssen früher oder später eh raus. Nein. Wir können auf Toilette. Ja, dann geh doch auf Toilette, Junge. Ich bleib hier im Krieg. Nee, ich geh jetzt auf Toilette. Oh nein. Ich hör die Kamera. Oh, hier kann man auch rausgucken. Die sind... Siehst du sie? Sind die, glaube ich... Ich glaube, die sind da neben uns in der Garage drin. Also man sieht schon relativ viel hier. Die Zone kommt leider. Ich bin ein Fan von der Toilette. Ey, also das mit dem hier ist... Wir sind in der Zone, Manuel. Wir sind in der Zone. Aber jetzt bitte, jetzt müssen wir echt aufpassen, wo hier wer ist. Als ob. Also, keine Ahnung. Allein das mit der Pfanne. Dann, dass dein Knockout nicht bestraft wurde. Psch, psch, psch. Ich glaube, die kommen... Nicht bewegen, nicht bewegen. Nur nicht bewegen. Ich hab beide, ich hab beide. Tötest du gerade? Ich hab beide. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ach, sie sind hier drin? Ja, ich hab zwei hier drin getötet, Manu. So, jetzt Koffer. Ja, nimm die Verbände. Ja, ich nehm schon den Koffer, Junge. Achso, achso, okay. Dann geh ich auch an Toilette. Was? Die wussten gar nicht, was abgeht. Ich dachte, die wären noch draußen. Und ich hör nur Schüsse. Er killt beide. Alter, erstmal Schmerzmittel. Erstmal ein Schmerzmittel, Junge. Ich bin so voll geboostet. Soll ich rauskommen oder sollen wir jetzt hier bleiben? Wir bleiben hier, Junge. Es sind noch vier am Leben. Nein, nein, ich meine jetzt gerade zu dir. Nein, wir... Nee. Okay, lass aber weiterfahren. Das Problem ist, du bist komplett useless. Also eben, die Kamerien stehen vor mir und sie töten beide. Ja, du hättest halt sagen müssen, sie sind drin. Das hab ich ja nicht gerallt. Leute, die töten sich. Die töten sich. Wollen wir jetzt? Lass warten. Einfach Geduld üben. Geduld üben. Wir sind noch nicht mal voll. Einfach mal kurz Geduld üben. Ich komm raus, ich komm raus. Okay. Bin ich? Ich seh sie. Ich hab beide. Okay, den haben wir. Die sind... Ach, du hast beide sogar? Ja, ich hab beide. Die sind hier im großen Haus dran. Verstehst du? Im großen Haus sind die. Ja, ach da, wo ich reingucken kann. Ja, nice. Ja, genau. Du meinst mit den Garagen, ne? Da sind die oben drin. Also da kamen die Schüsse her, auf die. Achso. Alter, Junge. Guck ich mal um in die anderen Häuser. Pff. Oh, ich kann da so ein bisschen hoch pieken. Also dein Raum ist noch in der Zone. Loll. Bist du das? Ich, ich bewege mich. Vomher raus? Nein, 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 nein. Ich will wissen, wo die Schweine sind. Boah, das wird eklig. Unser Raum ist noch drin und Teile von deren Raum sind auch noch drin. Ja, aber wollen wir nicht einfach drin warten? Ich, ich, ich... Sag Gott, Toilette ist einfach das Beste. Ich würde sagen, wir warten hier drin, jo. Ja. Also solange es geht. Es ist doch nur noch einer. Was? Ja. Loll. Okay. Wo ist es denn? Okay, du hast recht. Ja, dann warten wir umso mehr. Ja. Aber wenn er eine Granate hier reinwerfen würde. Egal. Ja, hier sind so viele Räume. Ah, stimmt. Okay. Ich habe mich hier noch ein bisschen hochgelootet. Ja, ich werde jetzt auch nochmal einen Energy Drink nehmen, damit ich voll bin. Alter. Du musst du dich auch. Alter, Manuel. Was ist das für eine Runde? Die Beste aller Zeiten. Alter. Alter. Alter, er ist in der Garage. Unten oben? Ich habe ihn gerade nach links moving sehen. Unten oben? Hey, der ist aber gerade... Ach, ist der da raus? Hinten raus ist der. Hinten links raus ist der. Das war ich. Okay. Ähm... Ich glaube, die Zone wird nicht mehr kleiner. Lass, lass... Wollen wir ihn... Wo ist der denn? Du musst dich jetzt auf Folgendes vorbereiten, dass die Zone moved. Als Ganzes. Ach so. Okay. Ähm... Ich würde sagen, wir spekulieren da drauf. Also wir machen das, anstatt ihn jetzt zu rushen. Ja. Ich probiere mal Granaten umrein zu werfen. Das ist einfach ein Leben, oder was? Ich werf Granaten umrein. Okay, ich habe auch noch Granaten. Oh, fuck. Die Borde war da. Okay. Ne, ich habe daneben geworfen. Oh. DC? Ja, er stand oben drin. Ja, wollen wir ein bisschen rein? Zu der Wand? Von dem Haus? Ne, 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 ne. Wir haben hier Deckung. Muss ich drauf... Ja, aber wann moved denn die? Weil einfach nur die, äh... Zone im Auge. Okay. Also du hast da Probleme, ehe du rauskommst und so, ne? Ja, ich habe die Tür ja offen. Push dich einfach hoch mit Energies und so. Ja. Ich nehme meinen letzten. Oder vorletzten, muss er gesagt. Ist das dull. Was ist das für eine Runde? Oh. Er ist richtig low, wir sollten ihn stürmen. Er ist richtig low. Okay, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Bin bei dir? Wo ist er? Ist er oben? Ganz oben auf dem Dach. Okay, ja vielleicht springt er runter. Okay. Okay, ich sehe ihn. Ich nicht. Er ist definitiv oben. Ja. Guck mal, andere Seite. So, dass du die andere Seite... Ja, das sehe ich, ja. Egal, wir räuchern ihn aus. Wir sind unten, er muss... Ich habe aber echt Angst, dass er gleich runter springt und uns richtig bellert. Ja, das hören wir. Wenn du die Fresse hättest, hören wir das. Okay. Ich hätte halt noch eine Granate, aber die werde ich ja... Könntest du eventuell hochwerfen? Soll ich? Ich renne zu... Lass Platz tauschen, okay? Und dann mache ich eben. Okay, okay. Komm. Aber er kann natürlich gucken... Oh, die war schön spät. Die war so spät. Hallo? Die war über uns. Ich gehe mal außen, ja? Du hältst hier drauf. Ja. Ich guck mal, ob ich ihn an einem Fenster oder so sehe. Du bleibst unten, du bleibst unten. Ja, ich halte jetzt einfach drauf. Oh, man hört ihn rumlaufen. Zone bewegt sich zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Okay. Zone bewegt sich gleich zu mir. Okay, ich bleibe hier an der Mauer. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich guck rechts, guck du links. Nicht, dass er mich von links überrascht, okay? Okay, ich muss zu dir. Ich guck einfach nur nach rechts. Oh, fuck. Er muss jetzt raus, er muss jetzt raus. Die Border ist so böse. Die Border ist so... Guck aufs Fenster. Der Zaun. Alter, die Border ist... Da ist er. Nein! Ja! Alter, du hast ihn sogar noch geholt, Alter. Alter, holy shit. Und weißt du noch, ich hab am Anfang gesagt, dass wir Erster werden. Dass das die beste Runde wird, hätt ich nie gedacht, Alter. Mir juckt die Scheide, heilige Wichser. Äh, ich mein, Amen.